und damit herzlich willkommen zurück zu wie du bist geist also das wird hier noch mal gemacht warm hole hast du fertig sagst du ich baue es mal eben der spirit ich mach den mal darin so okay dass das obsidian dust crash endstone haben wir ja noch mal gekriegt im storage bus die kerzen im storage bus glaube ich brauchen wir nicht genau wie die source berries die brauche ich auch nicht kommt auch mal daran so das nächste erhalt hier ne lebe warm hole nicht das anpacken wo ich normales warm hole das ist glaube ich leicht leicht zu bauen zack 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 und ich habe keine aber sonst mehr weil die hier in der kiste also so so warm hole frame und das ding kam dann mit einem book of binding zwei quarts und eine ender perle ender perle habe ich book of binding habe ich auch zwei quarts okay das müsste ja dann noch mal hier sind da eine ender perle und was ist denn jetzt schon wieder falsch welches buch ich habe schon und ich habe erford folie hat mir gefehlt das ist normal ist normal ist kalt berein auch aufbauen oder und dann dann dahinter schreiben so dass du gucken kannst welches buch du brauchst immer bis so rein das ist so kompliziert wenn du dich nicht regelmäßig sowas ja das stimmt allerdings jetzt habe ich alle drei bücher oder mehr red fehlt noch mehr red was fehlt mich raten ich will mehr red genau das fehlt dann so so mehr red davor war fritt und schön schönes ganz am anfang so passiert was dann kriegen wir das ding hier raus das stable warm hole was braucht das hier ist das ist so ist es ist auch im in im das ding ja zwei ender perlen quarts und das ding ja so das habe ich hier und genie die mitte das funktioniert echt komplizierte quest kann man bestimmt aber viel mitmachen ne mal gut dass ich die insel gebaut habe gut dass ich die insel gebaut habe soll sich wenn man text glaubt verhalten wie ein ähm ähm schalker shell schalker box 128 slots bis zu 1000 item pro slot also indirekt b2 2 me 264 1000 ja zwei eintausender speicherzellen von verbleibenden justix und das ist dann wirklich das das tablet was wir hier bauen ganz am bühnen zugreifen das schwingen stellst du irgendwo hin und zwar überall ne ja 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 dörr nein ab zu bis zu 28 slots 64 slots hast du beim me system drin n hier aha naja nachteil dass sie dass sie immer wieder so ein buch brauchst zum faircraften so im video spezial wenn ich gerade hier eins kannst du machen das ist geschenkt das haben wir schon das retour aus dem aller ritual aufzumachen jetzt wo brauchen wir auch mit das höchste vorstehen wir drei die bieras permanent können oder baum ist die vierten fix ja schon ist fertig was suche ich denn jetzt das ding ich hab mal alles reingeräumt hier ein storage das ding tier 1 der menschen storage stabilizer das ding so okay das ist ein buch auf poliert kann alles rausnehmen bis auf die türmchen das brauche ich jetzt nicht das brauche ich nicht das schon so 1 2 4 der so ein ding das ding und hier so ein ding okay dann packe ich mal drauf das nächste ich habe ja jetzt alle bücher das ja ok da gab es auch nichts für keine rewards man gibt hier wort nein gibt keine rewards mehr tier 2 tier 3 und tier 4 alles klar das wäre dann hexerei bei monster hunter das hat ja nicht gezählt warum eigentlich da menschen und mein schafft okay okay das müssten wir dann noch machen in der menschen das andere habe ich werde ich okay er fritte sensen da hatten wir eben gerade jetzt ja ja okay machen wir dann noch wir haben kein ender kopf aber nicht doch hier was ist das denn protection 10 was ein helm dornen 20 uhr den muss ich anziehen der nicht nicht wenn ich den jetzt abgebe das wäre nicht gut wo war das hier hinten das kann ich gar nicht abgeben 0 128 ok warte wo ist das ding fertig ja ist fertig ok nein wo waren wir da jetzt fehlt der tier 2 ne dann der tier 3 und der tier 4 ich gucke ähm den haben wir das tier 2 eierbinding ok das heißt ich muss das ding sowieso brauchen dann brauche ich hier gast träne so so ich das nicht hier rein shiften kann ich ok 2 von der sorte das ding das ding und die gasträne ne sind insgesamt in 2 3 4 5 sind 5 ok higher binding ok das müsste also irgendwo sein ähm wo mehr von den dingern rumstehen soll kann ich hier welche dazu ja bei den dingen so wie erst das ding storage das muss doch ein buch drin stehen irgendwo warte mal was sind meine bücher hier fehlt ein buch gehen die immer kaputt ist ja gemein ja offensichtlich gehen die immer kaputt ok das ding hätte ich gerne das ist doch ne ne dictionary wie heißt das ding moment 5 bedestins äh bulls ich hab hier ich hab 6 also das gasträne du im buch habe ich jetzt nicht mehr ich habe nur das hier mit chin wo geht das tatsache es soll chin 4 2 ist chin aber das war 2 2 das ist jetzt die 2 für die 3 brauchen wir oder seviras permen grünfiment brauche ich das hier und dann suchen wir das mal die 4 tier 2 kriegt tier 3 raus ok so highlighten äh zack oh das ding ist ja noch nicht fertig und book of binding effort ich glaube das habe ich ja book of binding effort habe ich dann das silber ding äh ein goldblock ne den habe ich ja was fehlt denn noch oh ne das da ne den habe ich auch ach so ne kerze ne nene 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 n nene 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 da so ein ding los wer fertig wer interface ich bin zum nicht du das ding obwohl oha wird ja mal komplizierter das wäre dann tier 3 und tier 4 ist dann noch mal mehr oder ich mache jetzt tier 3 ich mache ich mache die zwei was mache ich denn jetzt hier was tue ich hier drei und dahin was er tut ist jetzt okay dann wird das hier 3 4 dann brauchen wir doch bestimmt die rote greide oder das ist natürlich ordentliche fläche ich muss noch gucken so ein buch meret buch 543 ich weiß es noch nicht was bricht denn für tier 3 brauche ich erfüllt und tier 4 brauche ich merit also ich habe die beiden bücher die man braucht muss der hier nur noch irgendwie fällig werden ja vorher vorsicht mit büchern wir müssen auch die rote kreide machen ist das mutter auch noch was brauchen naja die rote kreide das ist noch mal so ein ding für sich das hier fertig ist dann ich komme jetzt ganz schwer gemalt ich hoffe es gibt nicht noch ein größeres man da steht fuck fu das und k das war das war tier 2 der menschen ist für dich okay dann bedanken wir uns fürs zuschauen Morgen machen wir Tier 3, übermorgen machen wir Tier 4. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.